The Joy of Creation hat nach knapp 10 Jahren endlich eine Remake bekommen. Wir haben die neue Version des Games neulich schon gespielt und dabei festgestellt, dass es alles andere als einfach ist, diese Demo durchzuspielen. Jedoch versteckt sich in dieser Demo scheinbar ein unglaublich krasses Ending, was wir heute in diesem Video freischalten werden. Dafür müssen wir insgesamt 12 In-Game-Stunden in diesem Büro überleben, während uns die Animatronics von allen Seiten attackieren. Freunde, und da sind wir auch schon. Let's go. Eine weitere Runde Joy of Creation Remake. Absolut krank, kranke Atmosphäre, ultra gut gemacht. Ich freue mich jetzt schon tierisch auf die Vollversion. Oh, hier ist direkt der erste Sicherung. Ich freue mich jetzt schon tierisch auf die Vollversion. Das hier ist ja sowas wie der Büro-Teil, damals aus dem ersten Joy of Creation. Ey, es ist einfach nur krank. Wir müssen 12 In-Game-Stunden hier überleben. Keinen hier FNAF D-Stars, nur bis 6 Uhr morgens, alles entspannt. Wir müssen überleben eine komplette Ur-Umrundung quasi. Also 12 Stunden. Wir müssen 12 Mal Ignited Freddy mit der Taschenlampe blenden. Dann haben wir diesen Modus gewonnen. Mir wurde gesagt, es gibt ein krankes Ending in dieser Demo. Deswegen bin ich sehr gespannt. Eigentlich wollte ich nicht mehr unbedingt noch ein Video dazu machen, nachdem ich aber erfahren habe, dass man ein cooles Ending freischalten kann. Freunde, ihr kennt mich, ja. Mit sowas kann man mich ködern, okay. Wenn ich weiß, dass es ein cooles Ending gibt, dann bin ich am Start. Deswegen versuchen wir jetzt mal, unser Möglichstes zu geben. Ich glaube, wenn man optimal spielt, dauert eine Runde quasi 12... Da war er schon. Ey, 12 Minuten. So, Freddy ist hier. Und wir müssen ihn jetzt einmal blenden. Wir richten die Taschenlampe nach links und... Blenden ihn einmal. Und das Ding Dong müssen wir jetzt 12 Mal machen, damit wir diese Nacht überleben. Ich weiß nicht genau, warum Freddy Angst vor Taschenlampen hat, aber ich kann es verstehen so ein bisschen. Taschenlampen sind komisch, die sind lang und sehen aus wie eine Wurst und vorne kommt Licht raus. Das ist furchterregend, okay. Okay. Zwischendurch kommen natürlich noch die anderen Animatronics und machen uns das Leben schwer. Bonnie, Chica, Foxy. Alle mit am Start. Wir lassen uns heute davon nicht aus der Ruhe bringen. Diesmal nicht. Zwischendurch müssen wir im Sicherungskasten die Energie wiederherstellen mit zur Sicherung. Und für nochmal eine ausführliche Darstellung der Regeln, Freunde, schaut einfach das erste Video, was ich zum Game gemacht habe. Da lernt ihr alles garantiert genau kennen. Und was hier so passiert. Okay, wir brauchen noch eine Sicherung. Mal sehen, ob hier nochmal eine drin ist. Nope. Yes, sir. Let's go. Easy. Okay. Freddy müsste jetzt mittlerweile wieder irgendwo sein, oder? Wir checken mal kurz. Nope. Ja, er ist schon wieder hier vorne im Gang. Okay, easy. Wir öffnen die Tür. Wir richten die Taschenlampe nach links und... Nice. Freddy nochmal geblendet. Let's go. Es dauert leider immer ein bisschen, bis Freddy auftaucht. Also wir müssen immer ein bisschen... Ja, wir können ein bisschen chillen im Büro. Irgendwann ist er wieder da. Leider gibt es aber... Also es gibt Audio-Hinweise. Die sind aber, finde ich, gar nicht mal so gut. Also man weiß nie genau, hinter welcher Tür er ist. Man hört manchmal, dass er jetzt da ist, aber... Da muss man ihn erst mal suchen. Und mit jeder Stunde, die wir schaffen... Kommen hier mehr von diesen... Von diesen Zeichnungen an den Wänden. Die hier überall dann auftauchen. Die hängt von Anfang an hier tatsächlich. Aber Stück für Stück kommen immer mehr von diesen... Zeichnungen, die hier auftauchen. Okay. Wir... Oh, nein! Ich dachte kurz, es ist Foxy. Aber es ist Bonnie. Bonnie hat uns eine Cam gekillt. Warte. Ich gehe gerade erst kurz schauen, ob Freddy auf einer von den anderen Cams drauf ist. Warte, wenn Freddy hier... Ja, ist er. Er ist hier, er ist hier, er ist hier. Putz! Let's go! Okay. Freddy erwischt. Wir gehen kurz die Cam reparieren, okay? Wir gehen kurz die Cam reparieren. Weil wir können hier im Gegensatz zum originalen Joy of Creation... Können wir Kameras hier reparieren. So, wenn Bonnie uns hier eine Cam killt, sind wir nicht komplett... Was war das? Dann sind wir nicht komplett out of it. Wir können tatsächlich die Cam wiederherstellen. Okay, ich muss jetzt nochmal kurz Sicherungen suchen. Let's go. Diese Sicherungen respawnen übrigens. Also jedes Mal, wenn wir Freddy flashen, tauchen neue Sicherungen hier im Büro auf. So. Freddy, wo bist du? Warte mal. Okay. Okay. Okay, alles taco. Nein! Au! Licht flackert. Wir müssen zum Sicherungskasten. Schnell zum Sicherungskasten. Let's go. Und einmal hier unten bitte Strom wechseln. In der Taschenlampe haben wir zum Glück noch genug Energie, so wie es aussieht. Können wir locker noch dreimal mit flashen. Die müssen wir noch nicht aufladen. Das ist gut. Schwein gehabt. Okay, lass kurz checken. Ist er hier irgendwo? Bonnie? Da ist Bonnie. Wo ist Freddy? Hier. Hier, hier. Direkt links neben uns im Schrank. Und boom. Let's go. Das ist Nummer 4. Wir haben ihn nochmal erwischt. Wir brauchen wieder eine Sicherung. Ist hier irgendwo eine? Nope. Und yes. Okay. Direkt noch eine bekommen. Entspannt. Wir haben schon 4 Uhr. Alter, wir sind gut dabei. Als ich das Game zum ersten Mal gespielt habe, brauchte ich 2 Versuche, bis ich bei 4 Uhr war. Leider können wir nicht sprinten in dem Game. Es wäre cool, wenn wir zum Sicherungskasten rennen könnten. Aber können wir leider nicht. Okay. Alles noch taco. Die Sicherung können wir uns noch sparen. Das ist gut. Desto mehr wir davon haben, desto besser. Schauen wir mal, ob Freddy hier irgendwo ist. Oder... Ja, ist er. Oder ob Foxy auch irgendwo ist. Weil Foxy müssen wir auch abwehren. Zack. 5 Uhr. Wenn Foxy irgendwo ist, müssen wir Foxy nämlich auch dringend abwehren. Indem wir Foxy in die Augen starren. Ansonsten... Puh. Wenn wir Foxy nämlich nicht in die Augen starren, dann starrt Foxy in unsere Seele. Aber von innen. Oh, nein! Ah, schon wieder nicht aufgepasst. Das war Bonnie. Ich dachte gerade kurz, dass es schon wieder Foxy ist in der Ecke. Aber kann ja gar nicht sein, dass er so schnell... Obwohl, kann bestimmt sein. Dass er so schnell wieder auftaucht. Okay, wir müssen jetzt schnell noch eine Sicherung finden übrigens. Sehr, sehr schnell sogar. Eigentlich brauchen wir sogar zwei neue jetzt. Mist. Erst mal eine. Eine ist erst mal wichtig. Weil gleich raucht uns hier der Strom im Raum ab. Let's go. So, die Taschenlampe können wir ruhig noch einmal benutzen gleich. Die können wir gleich auch aufladen. Aber der Strom im Raum... ...wird gleich knapp. Freddy ist da vorne. Boah, wenn wir ihn erwischen, haben wir die Hälfte schon. Let's go. Ins Eck. Boom. Freunde. Zwinker, zwinker. Okay, Strom fällt aus. Das heißt, ab zum Sicherungskasten. Und schwupp. Uh, die Taschenlampe ist aber auch Game Over. Okay, wir brauchen eine zweite Sicherung. Wir brauchen eine zweite Sicherung. Mit jeder Stunde spawnen aber, glaube ich, auch zwei. Oh, let's go. Direkt. Also, ich glaube, mit jeder Stunde, die wir quasi überleben... ...jedes Mal, wenn wir Freddy flashen... ...spawnen, glaube ich, zwei neue Sicherungen. Bin ich mir relativ sicher. Aber ich weiß nicht ganz genau. Werden wir jetzt rausfinden, weil wir jetzt eine zweite suchen müssen. Ohne Sicherung in der Hand brauchen wir uns auch gar nicht an den Schreibtisch setzen. Können wir auch gleich sein lassen. Hier was? Nope. Hier was? Nope. Warte kurz. Ich muss mal kurz die Camps checken. Ist hier... Mist. Ist Foxy hier irgendwo? Ne, aber Freddy ist da. Warte, ist Foxy hier? Ja, wir müssen Foxy abwehren. Ich wusste, dass Foxy irgendwo sein wird. Okay. Jetzt wehren wir Freddy ab. Boom. Let's go. Und dann müsste jetzt hier... Jetzt ist auf jeden Fall wieder irgendwo eine Sicherung. Dass wir die schon mal in die Hand nehmen können, die Sicherung. Glas hat geklirrt. So, warte. Gibt es hier noch eine zweite Sicherung? Bitte, bitte, bitte. Ja. Okay. Dann können wir die Cam auch reparieren. Warte, ich gehe schnell die Cam reparieren. Wie viel Strom haben wir noch? Oh, noch genug Strom. Let's go. Okay. Wir wissen, wo die zweite Sicherung ist. Wir merken uns einfach. Noch müssen wir sie nicht holen. Kann ich gleich machen. Wenn mehr Zeit ist. Wir haben sieben Uhr schon. Alter, richtig gut. Okay. Hier ist niemand. Hier ist Freddy. Ist hier Foxy? Ja. Okay. Ausgelöscht. Freddy ist hier vorne. Alter, dann sind wir schon bei acht Flashes. Come on. Boom. Tschüss. Tschüss. Okay. Wir müssen die nur noch viermal erwischen. Wenn wir ihn jetzt noch viermal erwischen, sind wir schon durch. Easy. So, warte. Ist hier irgendwo jetzt eine zweite Sicherung? Irgendwann gleich kommt aber übrigens auch noch Chica. Das wird dann auch nochmal. Ja. Sagen wir unangenehm. Okay. Sagen wir einfach. Ja. Ja. Es wird. Da ist Bonnie. Wer ist. Wer ist da? Oh, Foxy. Warte. Ich muss. Oh, Foxy ist abgewehrt. Okay. Warte. Wir müssen erst Chica kurz abwehren. Ich muss die Cupcakes finden. Da ist einer. Boom. Geh hier hin. Keiner. 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 Okay. Hier hin. Keiner. Äh. Wo sind denn die alle? Hi, Chica. Alles cool, Mann. Ich suche nur deine Cupcakes. Keiner. Aber da war eine Sicherung. Einer. Warte. Da war einer. Nee, doch nicht. Oh, shit. Noch eine Sicherung. Okay. Boom. Okay. Okay. Was ist jetzt los? Nein, wir haben einen Stromausfall. Nein, ich war ein bisschen zu langsam. Ich habe nicht richtig aufgepasst. Nein. Nach acht Flashes kriegen wir jetzt einen Stromausfall. Ain't no way, man. again. Freddie... Oh! Alter, warum sieht der so krank aus eigentlich, wenn er uns den Jumpscare gibt? Immer wenn der Strom ausfällt, sieht der so krank aus, Mann. Aber ey. Acht Flashes. First try. Das ist ganz gut. Wir schaffen das. Ich werde dieses Game heute durchspielen. Oh, Freddy ist links neben uns. Zack. So. Ja, 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 ja. Wir müssen aber auch schnell den Strom austauschen, liebe Leute. Wir beeilen uns mal besser. Sonst ist hier gleich wieder... Oh, es ist kurz vor knapp. Boop. Boom. Okay. Da sind wir wieder back. Okay. Und zwei Camps sind echt low on power. Wir sind jetzt übrigens schon wieder bei sieben Uhr. Nur, dass ihr auch wisst, wo wir hier gerade sind in der Story. Also, wir haben schon wieder... ...ordentlich was geschafft. Aus irgendeinem Grund hat Foxy noch kein einziges Mal angegriffen. Fragt mich nicht, wieso. Ich suche gerade mal kurz direkt, wo... Okay, da ist die nächste Sicherung. Sehr gut. Aber wir haben zwei Camps, die gleich abrauchen. Wir müssen wissen, wo die Sicherungen sind. Foxy. Einmal. Zweimal. Okay, Foxy haben wir. Freddy ist auch hier. Freddy ist auch hier. Freddy ist auch hier. Boom. Ach. Freddy zum achten Mal erwischt. Okay, okay, okay. Gut, wir haben Foxy und Freddy gerade beide eliminiert. Okay. Das heißt, wir haben noch mal kurz Zeit. Okay, die Taschenlampe habe ich eben aufgeladen. Die hält jetzt noch mal eine Weile. Ich werde jetzt schon mal Camp 2 direkt neu machen, damit wir es haben. So. Camp 3 gibt auch bald auf. Die hält aber noch kurz. Und dann hole ich mir schon mal direkt die nächste Sicherung. Chica wird jetzt gleich kommen. Ihr wisst es, Freunde. Ganz unten. Ganz unten. Komm mal. Okay, Chica kommt jetzt gleich aus der Decke, Leute. Jeden Tag um 8. Jeden Tag. Foxy. Foxy. Na, wo ist er? Da. Okay. Ist Freddy auch hier? Nope. Ist Freddy hier? Nope. Ist er... Hier ist er. Neben uns. Neben uns. Neben uns. Okay. Rein da. Von. 9 Uhr. Let's go. Okay. 9 Uhr. Warte. Wo ist... Hier muss jetzt irgendwo wieder eine neue Sicherung gespawnt sein. Lass kurz checken, bevor Chica auftaucht. Bist du schneller, desto besser. Hier ist schon mal keine Sicherung. Warte. Ich muss mal kurz gucken, ob irgendwo Foxy ist. Nicht, dass wir das übersehen. Kein Foxy. Kein... Oh. Die Cam ist vorbei. Auch kein Foxy. Okay, okay, okay. Cam 3 hat es hinter sich. Die repariere ich jetzt gleich auch. Warte. Ich brauche aber erst noch eine Sicherung. Hier ist noch eine. Okay. Dann mal los. Chica kommt. Alles gut. Oh, wir haben aber auch nicht mehr viel Strom. Ich mache erst den Strom. Dann machen wir die Cupcakes. Dann mache ich die Cam. Okay. Nicht, dass ich wieder draufgehe. Weil der Strom ausfällt bei Chica. Das ist mir schon so oft passiert. Gibt mir noch eine Sicherung. Okay. Warte. Nehmen Sie gleich mit. Nehmen Sie gleich mit. Ist hier ein Cupcake? Nope. Sind hier welche? Komm schon. Hier ist irgendwo einer. Da. Bumm. Hier ist keiner. Aber noch eine Sicherung. Okay. Sicherung haben wir auf jeden Fall. Wissen wir, wo alle sind. Cupcake. Putz. Hey, ich finde das voll süß. Man macht auf. Und die Cupcakes erschrecken sich vor allem. Bumm. So. Okay. Ich gehe kurz checken, ob hier irgendwo Foxy ist auf den Camps. Äh, ja. Junge, warum war er so nah? Äh. Digga, warum muss ich ihn mittlerweile so oft angreifen? Okay. Wir tauschen schnell noch die Sicherung hier. Dass wir wieder alle Camps haben. Uh, und die Taschenlampe hat es auch hinter sich. Okay. Wir tauschen das noch. Und dann repariere ich schnell die Taschenlampe, weil ohne Taschenlampe können wir Freddy nicht schocken. Ohne Taschenlampe können wir Freddy nicht besiegen. Wenn wir die Taschenlampe jetzt noch einmal voll machen, reicht das bis zum Ende der Nacht. Also in der Theorie zumindest. Die Camps sind alle auch noch jetzt in gutem Zustand. Strom noch zur Hälfte. Wir gehen jetzt erstmal Freddy suchen. Er müsste direkt geradeaus sein. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Habe ich gehört. 10 Uhr. Haben wir jetzt. Pass auf. Wir wischen ihn. Putz. 10 Uhr. 10 Uhr. Und ich gehe erstmal direkt Sicherung suchen. Da war eine. Direkt rein in meinen Mundi drin. Taschenlampe full. Strom müssen wir gleich machen. Auf jeden Fall wird Strom gleich fällig. Okay. Wir suchen Foxy. Habe ich gefunden. Foxy. Hau ab. Okay. Nice. Warte. Was ist das für ein Geräusch? Nein. Das war Bonnie. Mist. Freddy ist neben uns. Neben uns im Gebüsch. Boom. Let's go. Okay. Warte. Ich gehe Strom machen. Ich gehe Strom machen. Ich habe die Sicherung schon in der Hand dafür. So. Okay. Wir haben jetzt zwei Optionen. Oh nein. Chica kommt. Okay. Warte. Wir suchen eine Sicherung. Und Cupcakes. O2 direkt erwischt. Let's go. Aber keine Sicherung. Okay. Come on. Come on. Come on. Okay. Okay. Chica haben wir. Chica haben wir. Oh nein. Es sind mehr Cupcakes als drei. What? Oh. Das ist nicht gut. Wo ist er? Ist er hier? Ja. Es ist noch einer. Okay. 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 Warte. Warte. Wo ist er? Da ist Foxy. Ich will Foxy jetzt schnell ab. Ganz wichtig. Wenn wir ihn nicht abwähren, tötet er uns irgendwann. Wenn wir ihn zu lange stehen lassen. Okay. Ist Freddy hier? Nein. Er ist draußen. Er ist draußen. Er ist draußen. Letzter Flash. Letzter Flash. Letzter Flash. Boom. Nein. Die Taschenlampe ist alle. Wieso ist die Taschenlampe alle? Die war eben voll. Ich habe nur zweimal geflasht. Okay. Aber wir wissen, wo er ist. Ich hoffe, er bleibt auch da. Er kann sich bewegen. Wenn wir nicht schnell genug ihn flashen, kann er sich bewegen. Aber. Jetzt. Er hat sich verwandelt. Was muss ich jetzt machen? Ich habe keine Bildschirme mehr. Wir haben eine volle Uhr überlebt. Zwölf Stunden. Ja. Hallo? Soll ich hier reinlaufen? Oh, ich glaube, ich muss in den Gang laufen, oder? Ich. Ich sehe nichts. Es ist brutal dunkel. Ich. Ich sehe. Was passiert? Wir werden angerufen. Von? Creator. You are getting closer. Oh. Wir kommen näher. Wohin? Was ist denn? Was ist denn so? 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 Alter, was zum Henker war das denn? Fortsetzung folgt. Was war das denn für ein Ending? The Threshold? Der Übergang? Der Pfad? Ob wir ihn sehen können? Wir kommen langsam näher. Was für eine kranke Story wird die Vollversion vom Remake bitte haben? Freunde, wir haben die Joy of Craneschen Demo hier mit durchgespielt. Krankes Ende, nicht zu viel versprochen. Ich glaube, ein kranker Teaser für die Vollversion. Leute, wenn ihr hyped seid auf die Vollversion, lasst auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr nichts verpasst. Und wir sehen uns natürlich gerne im nächsten Video auf meinem Channel, Freunde. Macht's gut. Ciao, ciao. Und bis dahin.